Tja, ja, ja, ich will jetzt auch nicht anecken oder sonst was, sondern einfach auch da nochmal drauf eingehen. Das ist ja jetzt hier nur eine Programmvorschau für das nächste Hauptfilmchen zu sehen bei VK, Bitshoot, Odyssey oder Rambl. Tja, Jungs, ihr spiegelt das gigantisch, wie katastrophal die Lage ist. Danke und weiter so. Wie gesagt, vor vielen Jahren hätte mir das auch sehr wehgetan, dieser Abgesang der deutschen Nationalmannschaft. So hieß es ja damals irgendwie. Es ist ja jetzt nur noch Mannschaft. Man kann auch fast schon sagen, Woke, Loser-Truppe. Tja, aber ist dann halt so. Man kann da jetzt gar nicht... Also ich bedaube das nicht. Ich sehe das sogar mit großer Freude. Ob das jetzt zu einem Aufwachprozess reichen könnte, weiß ich gar nicht mal so arg. Aber auch da wird man ja feststellen. Und auch wenn man es jetzt hier wieder sieht, da geht es im Film ja auch nochmal drüber. Also so eine patriotische, so ein patriotisches Trikot, wo also alles jetzt hier für Deutschland steht. Tja, gut. Also könnt ihr euch dann mal wieder anschauen bei VK, Bitshoot, Odyssey oder Rambl. Und dann, jo, vielleicht bis gleich. Tja, gut. 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 Tja, gut.